ja so nun wenn wir kommen die zurück zu einer neuen Folge vorhanden Fischer Schakelai 4 auf dem wunderschönen Kanal um die Künste und leisten sind wegen ich habe immer schnell bewegt wenn man im Hintergrund um das wird dann ist es um mein Telefon Prozent der gegenwägen das ist eine ganz gute Frage kein Plan das ist eine gute Frage wer hier gegen wen rotzeln immer die Gegner ok ups ah so ich versuche jetzt mal was ich hab gute Sachen ich hab sehr sehr nice Sachen so soll ich also weitermachen und oh jetzt reichen Schaden das reicht vollkommen zu aus eine Kleinigkeit das ist schon ok ja ich war heute beim Arzt gewesen und er hat gesagt es ist nicht so schön wieso wieso ihr alle auf YouTube kommt und so ähm müssen wir mal ein kleines bisschen mehr machen so komm wir mal ein bisschen schielen äh ich hoffe mal das ist gar nicht mal so schlecht was wir jetzt machen der da drüben ist nämlich bald eng an der Seite wird 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 enge die 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 werbung hier zu machen habe ich es eigentlich getroffen doch habe ich ich das gar nicht gut das haben wir irgendwas das hier macht doch gut gut schaden eigentlich ich hoffe es mal ich hoffe es mal dass es gut schaden macht wenn ich dann mein kleines Problem so ne wie gesagt ich war bei den Erzten gewesen mein ganzer Maul also alles ist bei mir rot ich mache auch die parts recht kurz versuche jetzt nur noch so gegen zehn minuten zu machen und danach immer schön zäh zu trinken wie folgt ähm deine kann ich muss schießen äh kein blachen wie viel lange so machen wir mal Hoverball oh das wird geiler schaden geben 1200 videos nein nein 22 äh 29 ich hab das wirklich auf nein wow 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 so und auch nicht soo Hangab ist auf äh weg jetzt schön weg vom Fenster jetzt ne 123 ich bin schlecht deswegen äh das wird jetzt so eine mission äh was haben wir ja noch einen schönen erstweig hier wenn ich den hier drüber schießen zu er war ab in der kräftung was mond ich habe und vorgeschalten das ist eigentlich konnten gar keine schlechte und neum sehr sehr geil wir haben ja schon sehr viel hier in den schutz trainer ein bisschen mehr schaden ich glaube ich wir gehen mal ein bisschen auf glück wir gehen mal ein bisschen glück und jetzt geht es natürlich nicht so in der runde sind wir mal gespannt eine neue runde was ich überhaupt nicht kenne finde ich geil also eins hast du das falsch gemacht ok schade 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 die ist vielleicht leichter einzuschießen aber die 3 ich will mich jetzt bewegen ja 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 hätte ja klappen können hätte ja ganz geklappen können mit was kann man wo verscheidbar genau das ist machen für den ex-rund aber ist der ist gar nicht mal so dämlich und der geht rein wir bräuchten bill ich glaube ich möchte noch mal es ist es kann man sich der 1 lol ja wow GG ah ziemlich nice ja 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 komm ja bei der Erstweig wie geil ist denn das nein 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 alter warum das ist doch mies das ist sehr mies und Tor nice schau mal das hilft so das hilft glaube ich jo 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 aber ich glaube das wird jetzt ziemlich schwer guckt euch mal diesen Streufaktor an den hier war der hier war und der geht nicht rein ja 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 easy also locker gewonnen keine frage ich finde das geil haben wir noch eine gute Waffe hier jetzt ich glaube ist das jetzt die letzte Ruhe nee wir schießen dann glaube ich noch einmal aber Leute ich glaube ich ich mache dann trotzdem nicht nochmal ähm weil ich glaube das reicht jetzt so als Folge sagt's bye bye YouTube aber es war eine gute Runde hat mir auch mal Spaß gemacht äh Scooter zu spielen das hab ich auch noch ein bisschen noch nie noch nie noch nie gemacht macht bye bye fan gg mega gg oder was soll das heißen na guck mal machen wir noch ein Tunnel hier wup 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 tüt 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 dubstep in so ist das gut so ist jetzt der Text auch mal zuerst mal gesehen gut Leute ich bin so ein bisschen zu einem Wort dann oben oben unten geben und dann tschüss